Herzlich Willkommen zur Auslosung der Hoopte Open, Double Trouble. Das erste Doppelturnier in der Geschichte der UDC. Melina und Lu sind schon als erstes Team gesetzt. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Auslosung. Jonas André Janis Erik Malte Flo Julios Sven Leo Kevin Lennart V Werner Timur Janis Markus 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 Michael Lennart V Jan Helge Lennart V Lennart V Lennart V Lennart V